Ein neuer Stern an Brigittes Puppenhimmel geht auf. Kästner 208, eine Charakterpuppe mit Seltenheitswert. Ihre fein modellierten Gesichtszüge und der kindlich staunende Blick der bemalten Augen haben Brigitte auf die Idee gebracht, diese besondere Puppe als die Puppe des Jahres 2012 vorzustellen. Die feine Bemalung ist eine große Herausforderung. Sie muss perfekt sein und verlangt größte Konzentration und Können. Das zauberhafte Kleidchen aus Seidentaft, das kleine Täschchen und die mit dem gleichen Stoff gefütterten Lederschuhe runden dieses kleine Kunstwerk ab. Natürlich bietet Brigitte Ritsch das Puppenhaus in Bregenz dieses ganz besondere Projekt in ihren Kursen an. Wir freuen uns auf Eure Anmeldung. Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen. Vielen Dank.